Weil du von früh bis spät Großes leistest, brauchst du einen Traktor, der das auch tut. Weil deine Arbeit anstrengend ist, verdienst du ein Gefährt, das dich nicht anstrengt. Weil du schwer beschäftigt bist, brauchst du eine Maschine, die es dir leicht macht und Arbeitsabläufe automatisiert. Weil du dich nicht von deinem Weg abbringen lässt, benötigst du ein System, das die Spur hält. Und weil du auch dann noch arbeitest, wenn es schon längst dunkel ist, brauchst du einen Traktor, der die Nacht zum Tag macht. Der Steyr CVT. Eine Klasse für sich.